Es geht gleich in Letzebäuern an der Sintan. Die sind sehr groß und die sind in den Zombie Walk Letzebäuern organisiert heute. Wie fand ihr denn den Warental? Ja, ich mache ein paar Fotos, es waren genug Leute, wo ein paar Leute verklebt waren, Leute, die ein bisschen auf dem Make-up gespielt hatten. Für so ein bisschen ist es nicht okay, aber es ist ganz okay gewesen. Wirklich, es ist ganz gut. Ja doch, wir machen viele Leute, viel Spaß, ich bin froh dabei. Habt ihr genug Leute gehabt? Also fand ihr, dass genug Leute kommen sind? Sicher, ja. Ich meine, ich finde, es ist eine erste Karriere, man hat relativ wenig Reklam, außer da war doch ein gutes Ziel. Für die Taliban, wenn ich nächstes Jahr die Sache noch nicht promote, dann könnte er noch ein bisschen anders sein, dass es noch mehr Leute gibt. Schönen Freuen, werdet ihr um die Idee kommen für den Letzebäuern, Sunday Walk zu machen? Weil das geht heute an der Balsch an Deutschland, nee, Letzebäuern. Für was? Für was nicht? Für was nicht? Und dann war in Halloween schon ein besamtschtes Feld und passt halt jetzt sich trotzdem bei Ihnen hin. Ich bin heute mit zwei Zombien, die noch ein bisschen lieblich genug sind, für meine Interviews zu machen. Ich wollte euch mal froh an allen zwei. Wie fand ihr heute ein Zombie Walk? Ja, ich finde es ziemlich gut für uns. Ich habe noch mal mitgekommen, weil es noch von denen von der Luxcon organisiert wird. Und wie das, bis die auch schon auf der Luxcon war im März und es mir ziemlich gut gefallen hat, würde ich gerne auch mal eigentlich kommen. Ja, ich finde es ziemlich gut für uns. Es hat Spaß gemacht an allem, ja. Heute ist das Jahr für den ersten Zombie Walk so viel erwartet. Ja, schon. Es war wirklich mega spaßig. Es war wirklich toll. Also ich hatte mal ein bisschen mal erwartet. Also ich war sehr gut überrascht, weil es war viel mehr wie ich mal erwartet. Und wenn nächstes Jahr auch in den Nass, dann ging es um viele Verloren kommen. Das war Logik Live Lützebüsch. Happy Pl Arts. Happy Pl Untertitelung des ZDF, 2020